Wo ist das Bremsenverkehrsamt? Wie soll das fast wie zu Hause sein? Nimm das! Bye bye Spinge! Das ist ja fast wie zu Hause. Oh ja! Entschuldigung bitte, Verzeihung! Ich hasse diese Spinnen, ey. Wirklich mal. Die sind wirklich echt das Nervigste in dem Spiel. Bisher so gefühlt. Alter, ich krieg den Tod. Spielende. Äh... Nee, ganz sicher nicht. So, wie mach ich das verdammt nochmal? Nur ich wollte euch einfach mal die, äh, Game Over sequence gezeigt haben. Das kannte ich gar nicht. Oh! Knallharte Käfer! Hab nicht! Rapper! Oh ja! Hm... Wo können noch Körner sein? Das ist die Stadt! Na klar! Oh, ich... Na... Bin ich irgendwie die ganze Zeit nur so ein bisschen blind oder lauf ich da irgendwie die ganze Zeit dran vorbei? Ich glaube, ich bin einfach blind. Ich glaube, ich bin einfach blind. Aber mir fällt jetzt mal was auf. Pfff! Kleine Armeide, große Schleifel! Flick! Du sollst sie bitte da hinbringen! Nya! 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 Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Mega Verfolger Bäre! Wo könnte noch was sein? Entschuldigung, bitte vertreiben, sei schöne! Wie ich zu Mist die Körner haben! Jetzt muss ich diese Krieger finden! Ja, die Krieger kann man immer noch wiederum finden, ja, ja. Wow, die Stadt! Oh ja! Ich bin unbesiegbar! Halt dich! Nur noch zwei, zwei Körner. Knallharte Käfer! Nimm das! So, wo finde ich denn jetzt die Goldbeere? Das ist die Stadt! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Ja! Rapper! Okay, lass mich mal nachdenken. Äh, wo können die Goldbeere sein? Die fehlt mir hier nämlich offensichtlich. Kleine Armeide, große Stadt! Die fehlt mir und ein Gegner! Wo ist das Bremsenverkehrsamt? Gen ist das? Ne! Ja! 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 Wo ist das bloß? Ich suche hier echt keine Ahnung rum. Das ist schlimm genug. Das ist doch keine Spinne. Das ist eine hier, eine Fliege. Ah, wo kann das denn nur sein, ey? Ich bin verrückt. Wo bist du nur? Ein Gegner ist es noch. Die Stadt. Trepper. Ja. Bye bye Spinne. Das ist knallharte Käfer. Ja. Ah, das ist aber wunderbar. Gibt es hier keine Goldpären? Gibt es hier keine Goldpären? Habt sich. Das ist die Stadt. Kleine Ameide. Große Stadt. Rapper. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Wir nehmen die hier mit. Wo ist das Grenzenverkehrsamt? Bei mir kommt da nämlich eine folgende Idee. Rapper. Nippe. 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 Das ist ja fast wie zu Hause. Nippe. Entschuldigung, bitte. Verzeihung. Jetzt muss ich diese Krieg... Ja! Ja, wie komme ich da hin? Habe ich da was nicht bedacht oder so? Na klar, ich weiß, wie ich da hin komme. Ich bin so blöd. Na klar, weiß ich wie. Ja, alles klar. Jetzt weiß ich wie. Oh Gott, ey. Ah. Ich hab's durchgetriggert. Wunderbar. Hauen wir uns vielleicht mal den Samen. Ja, ey. So, jetzt bringen wir den da nämlich hin. Ich hab da jetzt zum Beispiel eine ganz coole Idee. Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Das war hier. Man kann hier rauf. Rapper, nimm das! Ja, genau da will ich hin. Das ist ja fast wie zu Hause. Bei mir kommt da nämlich so ein Gedanke. Entschuldigung, bitte. Verzeihung. Oh, jetzt haben wir nämlich die Superbeere. Der fährt einfach da durch. Das ist doch unfassbar. Welche Krieger. Das kann ich gut gebrauchen. Nein! Nein, nein. What the fuck? Hab ich das denn gemacht? Das ist ja fast. Okay. So, beenden wir es hier noch. Und dann Schluss weiter. Ich wünsche mir erstmal das K, ganz dringend. Wir machen jetzt erstmal die Gegner platt. Jo, das machen wir jetzt. Wo ist das Fremdenverkehrsamt? Nimm das! Noch mehr Gegner, Sir. Rapper! Nimm das! Oh, ja! Ja! Rapper! Ja, gleich zimper über den. Nimm das! Jetzt muss ich diese Krieger finden. Ja! Nimm das! Ich glaube, ich weiß, wie ich da oben rankomme, um den mal zu holen. Ich glaube, ich weiß, wie ich da oben rankomme, um den mal zu holen, um den mal zu holen, um den mal zu holen. Ich weiß, wie ich da oben rankomme, um den mal zu holen, um den mal zu holen, um den mal zu holen. Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Kleine Ameise, große Wirkung. Nimm das! Und das hier! Und das machen wir jetzt. Ja, Freunde der Nacht! Das schaffen wir! Fast wie zu Hause, aber nie in einem Einheim. Entschuldigung bitte, Verzeihung. So Freunde, ich komme. Jippie jippie jay. Hallo da unten. Darf ich vorschlagen, dass du den Rest von der Truppe suchst? Dann können wir uns in der Käferbar wieder treffen. In der Bar verbeule ich ihnen den Panzer. Hm, das wird ein Kinderspiel. Du hast doch gesagt, wir machen ein Kinderspiel, oder? Was? Spielen wir Verstecken? Entschuldigt, aber könnt ihr mit Grashüpfern fertig werden? Ob wir das können? Wenn du jemanden brauchst, um eine Menge Leute vom Hocker zu hauen, garantiert unsere Truppe Ach, ist das echt so? Naja, jeder sieht das so mal so. Und wir schauen uns den nächsten Bonus-Filmklipp an. Ab dafür! Okay! Oh ja! Okay! Wow! Let's start! Hey Kellner! Wo bleibt meine Schuppe? Ich mach jetzt Bodybuilding! Fühl mal meine Flügel! Hey du! Zwei Tropfen Jauche, aber flott! Also dann? Auf den alten Köter, den du gebissen hast! Hey! Wer hat die Flügel? Wir haben eine Milchplatte bestellt! Wir haben einen guten Appetit, Schnecki! Ja, wir wollen mal speichern. Gute Idee! Ich mach jetzt auch Schluss für heute. Es ist nämlich schon halb eins. Und darum. Joach! Machen wir das jetzt auch mal. Äh... Hier! So! In der nächsten Aufnahme machen wir denn... Stadtplatz! Ja! Auf jeden Fall! Wir haben heute... Vogelnest geschafft! Alles gut! Und Eingang zur Stadt! Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen! Ich freue mich mit dir einen Like da! Lasst eine Bewertung! Und ähm... Ja! Wenn ihr nichts verpassen wollt! Abonniert meinen Kanal! Schaut bei meinen anderen Projekten vorbei! Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da! Und wenn ihr nichts verpassen wollt! Aktiviert die Glocke! Um auf dem Laufenden zu bleiben! Also Leute! Haut rein! Bis dann! Ciao!